Herr Kollege Wildemann, meine verehrten Damen und Herren, wieder geht ein Schaufenster auf für die Technische Universität München. Wieder wird eine Plattform geschaffen für das Hereinblicken in die wissenschaftlichen Arbeiten unserer Universität, aber insbesondere ereignet sich eine Plattform der Begegnung, der Kommunikation und des Gedanken- und Erfahrungsaustausches. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen an einer Technischen Universität, die seit kurzem eine eigenständige wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hat und eine offensichtlich erfolgreiche Fakultät, was man nach wenigen Semestern schon sagen kann. Meine Damen und Herren, moderne Managementkonzepte, die zur nachhaltigen Wettbewerbssicherung von Unternehmen beitragen, lassen sich nur dann erfolgreich realisieren, wenn Führungsverantwortung als Basisleitlinie des Führungshandelns fungiert. Aktiv gelebte Führungsverantwortung, die sich in bewährten und innovativen Managementmethoden wie beispielsweise dem Stakeholder Value Management oder in innovationsorientierter Führung widerspiegelt, wirkt als Katalysator und Garant für herausragenden Unternehmenserfolg. Führungsverantwortung ist allerdings nicht ein Aspekt, der auf Industrie, auf Handels- und Dienstleistungsunternehmen beschränkt ist, sondern ein Gesichtspunkt, der sich unmittelbar in der Realität universitärer Forschung und Lehre widerspiegelt. In einem Umfeld also, in dem die jungen Menschen tunlichst mit Führungsqualität bereits konfrontiert werden sollen. Herr Bundesminister, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie nochmals zu unserem Kolloquium und habe eigentlich zu Beginn, als ich das Thema gewählt habe, Führungsverantwortung, gar nicht so ganz überschaut, welche Facetten ich denn dort alles behandeln muss. Und ich fange vielleicht mit einem Zitat von Henry Ford an, der ja gesagt hat, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. So geht es mir, denke ich, hier heute auch. Seit Jahren gehen die konjunkturellen Daten nach unten. Die Unternehmenspleiten nehmen ständig zu. Es stellt sich die Frage, ob dies nun auf die unstrittig verschlechterten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist oder ob im Management die Führungsverantwortung nicht ausreichend wahrgenommen wurde. Es ist eine der großen Aufgaben und sie wird nicht nur von Managern selbst zu bewältigen sein, herauszufinden, wo die Schwerpunkte der Führungsverantwortung in der zunehmenden globaleren Welt liegen. Natürlich sind der Staat, die Tarifpartner und nicht zuletzt die Gesellschaft aufgefordert, effizienter zu werden. Es gilt, Herausforderungen anzunehmen, anstatt auf Besitzstand zu pochen. Um es mit einem chinesischen Sprichwort zu sagen, die eine Generation pflanzt den Baum, die nächste genießt den Schatten. Führungsverantwortung lässt sich festmachen an den Aspekten Risiko, Qualität, Wettbewerb, Organisationsstrukturen, Standortsicherung und Globalisierung. Nun zum ersten Punkt. Rettungsboote werden nicht in Sturmzeiten, sondern beim schönen Wetter gebaut. Verantwortung und Risiko macht deutlich, dass unternehmerisches Handeln ohne Risiko überhaupt nicht denkbar ist. Unternehmer und Manager werden fortan ja haftbar gemacht, wenn sie keine Vorsorge mit Frühwarnung betreiben. Durch das Kontrakt und seine Ausstrahlungswirkung zählt Risikovorsorge zu den nicht delegierbaren Aufgaben der Unternehmensleitung. Die Variablen, die Vernachlässigung dieser Risiken bei einer wertorientierten Unternehmensführung ist, denke ich, sträflich. Aber man kann das ja an einem einfachen Beispiel deutlich machen. Man kann ja die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen zum Beispiel dadurch verbessern, dass man am Jahresende die Bestände drastisch runterfährt. Das Problem ist, dass die Risiken in den Beständen natürlich klein sind. Aber was mache ich im nächsten Jahr, wenn ich nicht lieferfähig bin und Lieferschwierigkeiten bekomme? Ich denke, dass hier an diesem Beispiel deutlich wird, wo die Risiken im leistungswirtschaftlichen Bereich liegen. Herr Professor Wildermann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich an Ihrem Kolloquium teilnehmen darf. Wir wissen alle, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland labil ist und wir spüren, dass wir uns an einem Scheidepunkt bewegen. Es geht um nichts anderes als darum, unser in Jahrzehnten gewachsenen Sozialstaat, unsere soziale Marktwirtschaft auf die Bedingungen des globalen Wirtschaftens einzustellen. Das geschieht spät in Deutschland, um etliche Jahre später als in verwandten Volkswirtschaften, aber es geschieht hoffentlich nicht zu spät. Die gegenwärtige Lage in der Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ursachen gewiss auch in der lahmenden Weltkonjunktur, von der ja Deutschland mehr abhängt als irgendeine andere Volkswirtschaft auf der Welt. Aber die gegenwärtige Lage hat eben auch nichts zuletzt zu tun mit strukturellen Fehlentwicklungen, denen die Politik in Deutschland seit etwa eineinhalb Jahrzehnten nicht ausreichend wirkungsvoll begegnet ist. Hier ist Verantwortung gefragt und hier ist Handeln gefragt. Das heißt, die Politik muss Fehlentwicklungen erkennen und vor allem muss sie den Mut aufbringen, solche Fehlentwicklungen, wo sie sie erkannter zu stoppen und gegenzusteuern. Das heißt, sie muss den Mut zu unabweisbar notwendiger Veränderung haben, Mut zu den Strukturreformen, die unser Land, die unsere Wirtschaft dringend brauchen. Zum Dritten, Deutschland hat sich im internationalen Wettbewerb bewährt und ist zu einer der erfolgreichsten Exportnationen der Welt geworden. Die Globalisierung allerdings hat die Märkte offener den weltweiten Wettbewerb härter denn je gemacht. Deutsche Unternehmen konkurrieren jetzt nicht mehr nur mit vergleichbaren Volkswirtschaften, den amerikanischen, der japanischen, der europäischen. Deutsche Unternehmen konkurrieren eben auch mit den Schwellenländern, die sich erfolgreich im globalen Markt positionieren konnten. Und deren Arbeitskosten betragen oft nur Bruchteile der unseren. Frankfurt. So, wie zum Dritten, Portland. Ich möchte viele Dinge wissen, wie zum Dritten, die wir in den Schwellenländern, die wir in der forenommen haben. Und es ist hier, wie zum Dritten, die wir in den Schwellenländer und in derлowie in der Schwellenländer vielmehrer beendet auf dieуры. Alles klar, aber wir sollten Miauzeig, dass die Mäuzeigluene sind nicht mehr so sehr vorzunehmig, Untertitelung des ZDF, 2020